Janne Damian, was ein Pfeil, es war heute zu windig, aber du bist der Tag der Winner. Es wird jetzt sehr schwer, dich in Klingenthal zu verletzen. Ja, die Begriffe waren heute auf meine Seite, aber ich hatte immer noch eine Chance. Ich wollte nicht die Jerseys gewinnen ohne einen Kampf, aber ich glaube, es wird immer noch ein Kampf in Klingenthal. Obwohl, es gibt noch eine Gap, bis zum zweiten Platz. Ja, es gibt eine Gap und der einzige Mann, der realistisch ist Andreas Wellinger. Ja, alles kann passieren. Ich hoffe, dass ich ihn da auch verletze. Und das ist es. Die Geschichte ist vorbei. Wie wichtig wäre es, um den Grand Prix in 2013 zu gewinnen? Oh, ich weiß nicht. Nach der letzten Saison habe ich noch nicht gedacht, zu bekommen die Punkte in den Grand Prix. Das war mein erstes Ziel. Und jetzt bin ich hier. Es ist wirklich, wirklich schön, dass ich wieder auf dem Platz sein kann. Das ist ein tolles Gefühl. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Dann wiederzuhl. Vielen Dank.